Und auch wenn es am Schluss relativ simpel aussieht, sind viele Stücke und viele diverse Sachen dran wie Strom, Holz, Glas, Ofen etc. Und ja, dass die alle auf den Plänen sind und alle dann auch auf der Holzliste, hat uns sehr geholfen. Der ganze Datenaufbau und das ganze Programm haben sich das Garantie. Für die Produktion heisst es vor allem, dass die Pläne komplett sind, die alles auf der Pläne haben, alles auf der Holzliste ist und nichts vergessen wird in diesem Sinne. Wir leisten schon seit 50 Jahren Pionierarbeit im Saunabau. Und dort sehen wir natürlich ein Planungsprogramm, also unsere Hilfe, wo wir auch selber Sachen konstruieren können oder besser gesagt gerade in einer Bibliothek ablegen, um diese auch in der Planung und Ausführung dann auch umzusetzen. Also habe ich mir zur Verfügung, mal eine schöne Zeit für Antenne auf die Pflicke, wie immer die Pflicke breaks, wenn sie sich vor Sammelshen und wie beinh. Aber sagen wir immer hier, dass die Pflicke bleibt, wo wir uns jetzt die Möglichkeit haben, dass schon immer besser auch etwas anderes benötet. Also haben wir schon jetzt alles auf die Pflicke erfahren. Und, also haben wir noch nicht die Pflicke gemacht. Und das ist die Pflicke. Und das ist die Pflicke. Und das ist die Pflicke.